hallo liebe kikett freunde herzlich willkommen zurück zu unserem letzten teil der kikett tutorial serie kikett für anfänger wir werden gleich weitermachen wo wir das letzte mal auf gehört haben dazu starte ich jetzt hier noch mal meinen platinen layout editor und wir sind eigentlich mit der arbeit soweit fertig beim letzten mal hatten wir uns nur darum bemüht ein plugin für kikett zu installieren um eine stückliste zu erstellen dann hatten wir beim letzten mal ein tool namens inscape installiert um diese edge cuts hier für unser kikett zeichnen zu können und darum ging es ja beim letzten mal auch dass wir auch andere formen wie sterne oder sonstige formen als edge cut beziehungsweise hier als platinen umriss zeichnen können in meinem heutigen video geht es darum dieses routing von diesen leiterbahnen was natürlich auch immer ein wenig auffällt heute geht es darum dass wir uns ein tool installieren dass uns diese arbeit eigentlich abnehmen soll dieses tool ist ein autorouter der geht einfach hin und routet dann diese ganzen leiterbahnen hier in unserer platine für uns aber zuvor gab es einige user fragen die ich nicht schriftlich so in youtube beantworten konnte sondern da möchte ich jetzt mal kurz darauf eingehen der eine user fragte mich wie erkenne ich eigentlich wo der pin 1 auf einem chip ist ja ihr seht ja hier den 328 und den kann man ja durchaus auch verkehrt rum auf diese platine stecken und wenn man jetzt nicht weiß wie man da vorgeht und wie man das herausfindet wo bei einem mikrochip jetzt der pin 1 ist dann hat man da leichte schwierigkeiten viele werden jetzt sagen auch das weiß doch jeder ja eben nicht und wenn man neuling ist in der elektronik hat man schon seine schwierigkeiten wo denn da der pin 1 ist ich habe mir mal aus dem internet ein bild heruntergeladen dort seht ihr einen x beliebigen mikrochip im dill format im dual inline package und wenn man den jetzt mal betrachtet dann sieht man hier oben am oberen rand so eine kerbe und man sollte nach möglichkeit erst einmal wenn man einen mikrochip in der hand hält diese kerbe nach oben ausrichten ja so dass die so vor einem oben sich befindet und dann ist auf der linken seite und das ist ein standard der pin 1 und die zählweise ist dann pin 1 und dann geht man auf der linken seite nach unten bis zum letzten das wäre hier in unserem fall der pin nummer 8 dann geht man rüber auf die rechte seite und zählt dann einfach weiter hoch und jetzt gibt es natürlich mikrochips die haben diese kerbe nicht wir haben eine andere kennzeichnung und die werde ich jetzt auch mal zeigen und zwar seht ihr hier einen anderen mikrochip ja was das jetzt in einzelnen für ein mikrochip ist spielt jetzt erstmal keine rolle denn es gibt auch chips die sind gekennzeichnet mit so einem punkt oder einem kreis und da gilt natürlich auch das gleiche den kreis nach oben ausrichten so dass das bauteil so vor einem liegt und dann geht man auf die linke seite und zählt von oben nach unten und dann rutscht man auf die rechte seite und zählt dann von unten nach oben und so kann man ganz schnell erkennen wo dann der pin 1 bzw auch alle anderen pins sich befinden ja also keine schwere sache das war halt mal eine frage von einem neuling und ich verstehe das auch durchaus auch für ältere leute die sich nicht mit elektronik so auseinandersetzen haben da manchmal schwierigkeiten den pin 1 oder auch einen anderen pin an dem chip zu finden das wollte ich nur mal ganz kurz erklären viele wissen das aber manche halt auch nicht und wenn man sich mal platinen anguckt die man so im internet downgeloadet hat oder sich irgendwo beschafft hat dann kann man auch den layout editor mal aufrufen und sich dann das bauteil mal ansehen ja wir haben ja auch einen chip auf unsere platine den at mega 328 und wenn man dann mal hier mal hinein zoomt dann erkennt man dass dieser chip ja 28 beinchen 28 pinner hat und dann schaut man mal wenn man mal genau hinschaut dann ist bei den meisten CAD programmen dieser footprint also dieser stellplatz hier gezeichnet und der pin 1 hat eine andere pad form also ein anderes löt pad und zwar sieht man das ja auch hier bei unserem 3 28er alle pads sind rund und nur ein pad nämlich der pin nummer 1 ist hier in einer rechteckigen form dargestellt und auch die nummern werden in modernen CAD designs meistens auch angezeigt ja also wenn ich mir meine platine betrachte und dort mal hinein zoomen seht ihr hier oben dann dass der pin 1 eine andere form hat ja so kann man sich da behelfen aber dies gilt übrigens für alle bauformen auch für smd und andere bauformen das heißt diese geschichte mit diesem kreis oder auch eben mit dieser kerbe gilt auch für alle anderen bauformen es ist immer darauf zu achten dass man das nach oben ausrichtet dann befindet sich auf der linken seite immer der pin 1 und wenn nicht dann muss man halt mal ins datenblatt schauen was ich ja auch explizit immer wieder gesagt habe jedes bauteil besitzt ein sogenanntes datenblatt da steht genau drin beschrieben was denn jetzt von diesem chip der pin 1 ist und wie die zielweise dort ist ja wir wollen heute dazu kommen dass wir uns mal ein wenig mit den autorouter beschäftigen und dazu muss ich natürlich erst einmal hingehen und unsere von hand gerouteten leiterbahnen jetzt hier entfernen und diesen schritt könnt ihr sicherlich auch mal nachvollziehen und zwar geht man hier unter dem menü bearbeiten und dann gibt es hier einen menüpunkt globales entfernen wenn man da drauf klickt öffnet sich ein fenster und wenn man hier so in kikett arbeitet ein kleiner warnhinweis ja ich kann viele dinge in kikett wenn ich mich vertan habe ja hier oben in diesem bereich mit dem pfeil zurück und pfeil vor wieder rückgängig beziehungsweise wieder zurück machen nur wenn ich hier dinge tue in diesem fenster bitte vorsicht sonst ist die arbeit von vielen vielen tagen bei größeren partien eben weg und man kann sie auch nicht mehr wieder zurück machen deswegen genau lesen ja genau lesen was man hier auch klickt und was man hier auch tut das ist eine gefährliche geschichte wie gesagt man kann da ganz schnell die arbeit von tagen oder wochen zunichte machen wir wollen erst einmal in unserer platine die kupferschicht die wir gemacht haben ich kann sie mal einblenden ihr wisst was ich meine die will ich entfernen und das tue ich ganz einfach indem ich hier oben in diesem fenster globales entfernen auch anklicke flächen ja hier in diesem bereich klicke ich alles an was ich entfernen möchte also die flächen will ich entfernen dann möchte ich gerne die leiterbahnen entfernen und natürlich alles andere nicht also texte und platinen umriss auch die footprints also die stellplätze für die bauteile möchte ich nicht entfernen marker und die gesamte platine entferne platine vorsicht das kann man nicht mehr rückgängig machen so in diesem bereich lasse ich eigentlich alles wie es ist ich habe bei manchen platinen auch sogenannte gesperrte leiter waren ja wenn ich die gezogen habe kann ich die sperren so dass mir die keiner mehr löschen kann und wenn ich das habe muss ich natürlich hier oben als zweites hier auch gesperrte leiterbahnen entfernen mit anklicken ich habe aber in meiner platine keine gesperrten leiterbahnen deswegen brauche ich das nicht dann ist ganz wichtig hier der lagenfilter in diesem bereich möchte ich das was ich hier angeklickt habe auf der linken seite auf allen lagen entfernen oder eben nur auf der aktuellen lage die aktuelle lage ist in meinem fall wenn ich mal hier auf die rechte seite schaue f kupfer also die frontkut kupferschicht so wenn ich das alles hier richtig eingestellt habe und bitte vorsichtig sonst ist die arbeit eben für die cats gewesen klicke ich einmal hier auf ok dann werde ich noch mal gefragt möchten sie wirklich die ausgewählten elemente entfernen und dieser hinweis kommt nicht umsonst sondern das ist schon eine gefährliche geschichte also ich bin mir hier sicher und sage ja und schon sind meine ganzen gerouteten leiterbahnen verschwunden ich bin also wieder an dem punkt bevor wir die leiterbahnen geroutet haben ich könnte natürlich jetzt wieder von vorn beginnen mit dem routing von leiterbahnen per hand das ist aber nicht unser ziel heute sondern wir wollen diese aufgabe ja der künstlichen intelligenz überlassen und zwar ist es so dass es ein tool gibt das ein autorouter ist und dieses tool ist auch kostenlos dieses tool kann man sich downloaden und um dieses tool downloaden zu können geht man ganz einfach mal auf github.com und gibt hier oben mal den begriff free routing ein klickt dann einmal auf enter und erhält dann ganz viele links die autorouter zum download bereitstellen ich sage euch dass man hier den ersten link nehmen sollte und zwar free routing slash free routing und dann sind wir schon auf der richtigen seite da sehen man hier screenshots von diesem tool das wollen wir uns jetzt installieren und downloaden jetzt könnte man hingehen und wie immer hier oben auf code und dann hier download zip nur das ist der quellcode ja wenn ich einfach nur das zip file download dann muss ich hinterher hingehen und die ganze sache auch noch mit einem compiler in maschinensprache übersetzen also kompilieren damit der computer das dann auch ausführen kann das können wir ganz einfach umgehen indem man mal ein wenig runter scrollt auf dieser seite und dann hat man hier schon einen link hinterlegt wo die binaries die installer für linux mac und windows schon vorkompiliert zur verfügung stehen ich klicke also ihr auf diesen link binary installers für linux mac und windows dann komme ich zu dieser seite free routing und miosoft eu ja daniel wird den link vielleicht in die beschreibung setzen und hier sehe ich schon für die verschiedenen betriebssysteme dieses vorkompilierte java tool der erste link für windows der zweite ist für linux und der dritte hier für macintosh der letzte link hier ist download es java file aber dazu komme ich gleich noch man braucht um dieses tool ausführen zu können die java umgebung wenn ihr mal bei google folgendes eingibt java leerzeichen 11 for windows dann werdet ihr hier in google fündig und geht dann hin den zweiten link java se development kit das hier müsst ihr euch downloaden und zwar von der firma oracle.com und dann scrollt ihr etwas hinunter und dann seht ihr hier dieses java für die verschiedenen betriebssysteme für euch wenn ihr windows fährt ist nur dieses hier maßgeblich windows x64 installer und hier auf der rechten seite seht ihr schon die exe die müsst ihr euch downloaden und dann installieren damit ihr dieses auto routing platte in ausführen könnt achtet bitte auch darauf für dieses tool ist voraussetzung dass ihr diese java version 11 und höher installiert wenn ihr beides downloadet habt und entpackt beziehungsweise installiert habt dann ist es so dass ihr dann hingehen könnt und in dem verzeichnis wo ihr dieses free routing installiert habt da könnt ihr dann mal rein wechseln und da gibt es dann dieses verzeichnis das dann so aussieht ihr wechselt dann in den ordner bin und dort ist dann ein java file free routing wenn ihr das jetzt doppelt klickt dann öffnet sich hier so ein kleines fenster und jetzt geht ihr erstmal zurück zu eurem kikett jetzt ist es noch ganz wichtig das hatte ich ja schon beim letzten mal gesagt beim platzieren der bauteile macht das bitte nicht allzu eng dann wird zwar die platine kleiner aber ihr habt hier keine zwischenräume um leiterbahn ziehen zu können genauso wenn ich die leiterbahn per hand hier rute ist es immer gut wenn ich auch raum dafür habe jetzt geht ihr einfach hin unter dem menü datei gibt es einen punkt der da heißt exportieren unser free routing erwartet ein dsn file ihr klickt also einmal auf spektra dsn dann werdet ihr hier nach einem namen gefragt kikett gibt euch schon einen projektbezogenen namen vor und gespeichert wird das ganze in eurem projekt ordner wo ihr auch die platine und den schallplan drin habt unten auf speichern klicken dann geht ihr zurück in dieses fenster und sagt hier open your own design da klickt ihr einmal drauf navigiert dann in euren projekt ordner hinein und in eurem projekt ordner findet ihr dann die soeben erstellte dsn file da klickt ihr einmal dieses dsn fall an und sagt dann ok dann öffnet sich ein fenster wo ihr dann eure platine seht ja und zwar kann man da eine menge einstellen und auch ein bisschen rumspielen aber ich lasse immer alles so wie es ist ihr geht jetzt einfach hier oben auf den menüpunkt autorouter und ihr seht dann auf dem bildschirm wie dieses programm diese künstliche intelligenz jetzt anfängt hier die ganzen leiterbahnen vollautomatisch zu routen ja so wenn er damit fertig ist und alle leiterbahnen alle luftlinien verschwunden sind dann seht ihr hier unten in der status zeile post route complete und hier auf der rechten seite seht ihr dann via count null er hat also jetzt die platine geroutet ohne jegliche vias er hat zwar beide kupferschichten dafür benutzt das seht ihr auch rot und blaue leiterbahnen aber er hat keine vias benutzt und das ist ein vorteil weil vias kosten auch geld wenn ich die platine herstellen lasse das ist nicht die welt diese vias aber er hat es hier jetzt geschafft diese leiterbahn zu routen die platine fertig zu stellen ohne vias jetzt nachdem der autorouter diese leiterbahn geroutet hat geht ihr hier oben auf file und dort dann auf den letzten punkt export spectra session file und sagt dann hier nochmal ja hier werdet ihr gefragt ob ihr jetzt hier noch die regeln und so weiter mit abspeichern wollt sagt einfach hier mal ja und dann hat er ein ses file in euer keycat projekt ordner geschrieben jetzt geht ihr zurück zu eurer platine ihr seht die ist ja hier noch ungeroutet geht dann wieder auf datei und sagt diesmal importieren und zwar auch den ersten menüpunkt spectra session wenn ihr da drauf klickt seht ihr das file was der autorouter gerade geschrieben hat und zwar ist es mit der endung ses das klickt ihr an und sagt dann einmal öffnen ihr seht jetzt hier die platine geroutet von künstlicher intelligenz will ich mal so sagen und man braucht sich da nicht die mühe machen alles per hand routen zu wollen nur und jetzt gut zugehört wenn ihr mal profis fragt was die von autoroutern halten dann werdet ihr oft hören dass die sagen finger weg macht nur müll ist nichts besonderes würde ich nicht machen und wenn ihr mich fragt soll man beim platinendesign einen autorouter benutzen dann antworte ich immer mit jein es ist so autorouter sind immer nur so gut wie der programmierer der die da programmiert hat und unser autorouter ist schon in einem stadion wo ich sagen würde ja man kann es benutzen für einfache platinen wenn auf meiner platine so wie in unserem fall wenig bauteile sind ja freunde die fluggesellschaften haben piloten und diese piloten die fliegen das flugzeug auch nicht da gibt es einen autopiloten also künstliche intelligenz der diesen jumbo jet dort fliegt aber keine fluggesellschaft wird hingehen und sagen ich entlasse jetzt alle piloten denn da sind wir noch nicht so weit dass man sich da hundertprozentig drauf verlassen kann deswegen auch beim autorouter nachdem er seine arbeit verrichtet hat nochmal genau nachschauen deswegen auch meine antwort jein ja für manche dinge ja für manche nicht wie gesagt künstliche intelligenz würdet ihr der vertrauen wenn da in dem jumbo jet dann kein pilot mehr drin sitzt ich glaube nicht und das gleiche gilt auch hier spielt damit rum guckt was er kann aber und das ist ganz wichtig traut ihm nicht 100 prozent gerade bei komplizierten designs mit mehreren lagen und so weiter und so fort schaut bitte noch mal nach hat er auch alles richtig gemacht sonst schickt ihr diese platine zum hersteller ihr bekommt die zurück und da ist irgendwo in dieser platine dann der wurm drin weil der autorouter irgendwo vielleicht einen fehler gemacht hat der mensch ist immer für das verantwortlich was er da produziert ja und nicht künstliche intelligenz das wollte ich nur mit auf den weg geben des weiteren würde ich auch jedem einsteiger jedem neuling raten erst mal keinen autorouter zu benutzen sondern auch learning by doing die leiterbahnen dann hier mit der hand zu routen denn es ist eine schöne sache wenn man das auch mal per hand macht und sich da mal ein paar gedanken macht wie kriegt das jetzt am besten hin ich habe euch alle werkzeuge in dieser tutorial serie mit auf dem weg gegeben macht es mal übt mal nicht nur zuschauen sondern auch selbst mal was ausprobieren wenn ich jetzt hier die platine so betrachte so fehlt natürlich noch eine sache und zwar fehlt ja unsere kupferpläne für die frontseite und auch für die rückseite die müsste ich wie auch im letzten video gezeigt nachdem der autorouter sie geroutet hat nochmal neu ziehen um dann wieder eine perfekte platine zu haben also das war erstmal das thema autorouting und wenn ihr euch diesen autorouter dort downgeloadet habt denkt daran dass dieser ständig weiterentwickelt wird schaut also in regelmäßigen abständen mal ob es da nicht mittlerweile eine neuere version gibt früher gab es innerhalb keycats einen eigenen autorouter den hat man rausgenommen hier war so ein icon oben da konnte man draufklicken und dann startete auch dieser autorouter die keycat programmierer haben den rausgenommen soweit ich informiert bin sind die dort zugange einen freien autorouter selbst zu entwickeln und wenn der dann da ist erfahrt ihr das auf der keycat seite aber stand heute ist es gibt ihn noch nicht ich denke mal dass dieser autorouter dann auch besser ist als alles andere was man so downloaden kann denn der wird mit sicherheit ganz toll auf keycat abgestimmt werden und dann kann man sich schon besser drauf verlassen ja freunde das war das thema autorouting wenn dazu noch fragen sind bitte schreibt sie in die kommentare oder merkt euch eure fragen der daniel wird nach dieser letzten keycat serie noch ein eigenes video machen wo er dann die fertige platine mal vorstellt wir haben sie anfertigen lassen der daniel macht darüber dann ein video dass sie auch funktioniert dass wir hier nicht nur müll produziert haben sondern wirklich einen arduino uno und er wird auch noch darauf eingehen wie ich den bootloader hier auf den 328 drauf brenne damit es dann auch ein vollständiger und funktionsfähiger arduino uno ist dann gibt es noch mal einen live stream mit daniel und mir wo wir dann nochmal ein wenig über die zukunft reden möchten und fragen beantworten können ja da gibt es also noch einen live stream jetzt möchte ich noch zu einer speziellen frage antworten und zwar hat ein user eine frage gehabt die ich ihm auch da in youtube nicht schriftlich beantworten konnte so richtig und zwar hatte er gefragt er hatte sich im internet ein fertiges platinen design heruntergeladen und er möchte gerne seine eigenen leiterbahnen hier verdrahten ja also das routing hier ändern so er hat also kikett geöffnet und sieht dann hier die fertige geroutete platine aber er ist damit nicht einverstanden er möchte gerne seine eigenen leiterbahnen hier ziehen und verdrahten das ist nicht so einfach möglich und jetzt zeige ich dem user und für alle anderen die es auch interessiert wie man denn sowas macht ich habe die platine aus dem internet geladen und habe es jetzt hier geöffnet in kikett und ich gehe zunächst einmal hin und sage jetzt hier auch bearbeiten globales entfernen so jetzt muss ich mir die platine betrachten ist auf der platine eine kupfer plane gezeichnet dann muss ich natürlich auch hier anklicken flächen entfernen dann sage ich leiterbahnen entfernen und ich weiß ja nicht ob bei diesem design manche leiterbahnen eben gesperrt sind deswegen klicke ich auch hier gesperrte leiterbahnen mit an und ich sage natürlich hier je nachdem ob ich es nur auf der frontseite oder rückseite entfernen will sage ich entweder hier alle lagen oder nur auf meiner aktuellen lage so wenn ich das alles eingestellt habe gehe ich hin und sage dann ok dann werde ich noch mal gefragt ob ich das wirklich möchte dann sage ich wieder ja und jetzt sehe ich die platine mit den luftlinien die kupfer plane und alles andere ist weg ich habe hier einfach nur die platine jetzt kann ich hier schalten und walten wie ich möchte das heißt ich kann jetzt auch hier ein bauteil anklicken und es highlighten und dann bewegen und rotieren und was auch immer aber was ich jetzt nicht kann ich kann keine pets verbinden die luftlinien haben ich kann ja jetzt hier in diesem design eigentlich nur leiterbahnen ziehen die mit luftlinien verbunden sind diese luftlinien die man hier sieht die hat keycat über die netzliste aus unserem schaltplan erhalten ja ihr seht ja hier im schaltplan dass ich hier leiter also verbindungen gezogen habe und anhand dieser verbindungen aus dem schaltplan geht keycat hin erstellt eine netzliste und zeigt mir das ganze dann im design als luftlinien an so ich versuche jetzt also pins zu verbinden beziehungsweise pets zu verbinden die keine luftlinien verbindungen haben das kann man so nicht machen keycat erlaubt mir jetzt hier in diesem stadion nur die pets zu verbinden die auch über luftlinien verbunden sind wenn ich möchte dass hier pets verbunden werden die nicht über luftlinien verbunden sind muss ich einen kleinen trick anwenden in keycat dazu gehe ich einmal hier oben im menü auf route und dann auf einstellungen interaktiver router dann öffnet sich hier so ein fenster und hier in diesem fenster kann ich einige einstellungen machen für das routing von leiterbahn und hier gibt es einen menüpunkt der heißt drc fehler erlauben da mache ich jetzt einen haken vor also ein kreuz und sage ok und erst jetzt erlaubt mir keycat pets zu verbinden die nicht über luftlinien verbunden sind gehe wieder hin nehme hier meinen pin 28 klicke einmal und gehe dann hier runter zu dem pet nummer 23 und versuchte jetzt zu verbinden dann mache ich einmal escape damit ich hier die leiterbahn los werde und ihr seht jetzt hier diese leiterbahn hat er erlaubt ich habe also keycat mitgeteilt bitte kümmere dich nicht um design rule checks ja also mache das was ich jetzt hier mir vorstelle also wenn ihr hier im menü route auf einstellungen interaktiver router gehst und dann hier jetzt drc fehler erlauben an klicks dann bist du auch in der lage pets zu verbinden die nicht über luftlinien verbunden sind natürlich hat das dann zur folge wenn du dann hinterher einen design rule check machst hier über diesen marienkäfer erhältst du natürlich einen fehler weil die design regeln hier jetzt nicht eingehalten wurden da wirst du dann wenn du einen design rule check machst einen fehler erhalten aber du hast ja hier in diesem menüpunkt gesagt drc design rule check fehler erlauben du musst dann schon wissen was du tust das war so glaube ich deine frage ich hoffe ich habe sie dir jetzt beantwortet und du kannst dann dieses projekt was du da downgeloadet hast weiterführen und nach deinen regeln und deinen wünschen beenden ja freunde das war das letzte video ich möchte mich ganz recht herzlich bei euch bedanken dass ihr mir über diese ganzen wochen gefolgt seid ich danke euch allen für die zahlreichen kommentare und bin somit hier mit meiner serie erst einmal fertig ich weiß alles konnte ich nicht mit rein nehmen dazu hatte ich einfach keine zeit es geht auch noch vieles mehr mit kickett aber ich hoffe dass ich gerade die neue einsteiger gut eingeführt habe laut den kommentaren sind viele ältere leute dabei die völlige neulinge sind und ich habe bewusst dann diese tutorial serie in einem langsamen tempo und mit vielen erklärungen gemacht ich hoffe es hat euch gefallen seid gespannt daniel wird noch ein video machen wo er die platine dann in action zeigt und wir machen noch einen live stream wo wir uns dann mit sicherheit wieder hören und wieder sehen in diesem sinne vielen dank für alles bleibt gesund und ich wünsche euch allen noch einen schönen sonnigen tag